ja und damit herzlich willkommen auf meinem youtube kanal mit einem neuen format ja dann fange ich mal an wie ihr seht im hintergrund überall natur ja in diesem auf diesem youtube kanal geht es hauptsächlich um die natur sei es fotokollagen von fotos oder halt videos sowie jetzt hier und ja ich habe mir überlegt dass ich dieses dass ich dieses format jetzt anfange und ja ich habe mich generell schon immer für die natur interessiert und ja falls ihr interesse habt und da auch nichts mehr verpassen wollt könnt ihr gerne meinen youtube kanal abonnieren ich würde mich freuen checkt auch gerne meinen anderen kanal ab da wo die ganzen gaming sachen kommen also der gaming content und ja ich denke mal eine einige können sich darunter wahrscheinlich gar nichts so wirklich was vorstellen was man da halt macht ja es ist halt so dass ich halt mit dem handy dann halt dementsprechend oder generell mit einer kamera dann hier durch die gegend laufe euch schöne orte zeige und alles drum und dran und halt dementsprechend auch nebenbei noch fotos mache und die dann halt verarbeitet zu ein video und was ihr dann halt auf den kanal findet ja an der stelle sage ich mal vielen vielen dank für zuschauen falls euch das format gefällt oder ihr interesse daran habt könnt ihr gerne meinen kanal abonnieren ich würde mich darüber freuen und falls ihr fragen habt könnt es gerne in die kommentare schreiben ich versuche so viel wie möglich zu beantworten